Willkommen, Willkommen zu Starbound mit mir, Peter Bus von Credee und immer noch im Bro-Schloss und ich habe es mittlerweile komplett ausgeräumt, also das erspare ich euch. Was mich jetzt interessiert, gibt es hier noch ein Bro-Schloss auf diesem Planeten? Dann habe ich das einzige Bro-Schloss seines Bro-Kings beraubt. Wir finden es raus, auf jeden Fall bin ich Filthy Witch geworden. Wahnsinnig viel Pixel bekommen aus diesem ganzen Unterfangen. Dann hätte ich mich beinahe gefragt, wo er es Schaden genommen hat und dann habe ich mich gerade an meinen wundervollen Bro-Crusher erinnert. Ich bin majestätisch in meiner Weihnachtsmann-Kluft. Ah, ah, nein, du fällst nicht auf mich drauf. Ho, 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 so, so. Ihr glaubt also, ihr habt eine Chance, wenn ihr 300 gegen mich seid, ja? Oh, Kinder, das hier ist nicht Sparta. Oh, wie ihr versagen werdet. Schön, es ist nicht mal cheaten, die verdammte Waffe ist im Spiel drin. Soll so sein. Ah, da ist Monster-DNA gefallen. Und mich auch noch ein Slot für freimachen irgendwie. Ja. Äh, nein, nein, nicht, nicht ins Inventar, während gekämpft wird. Was könnte ich denn mal wegschmeißen? Wooden Crate, braucht kein Mensch. What up, Vogel? So, hier ist ganz viel runtergefallen von meinen verstorbenen Gegnern. Okay, überhaupt nichts, aber was soll's? Wir schreiten hier gerade voran. Ach, das ist nur Kupfer. Püff. Wir sind ein König, verdammt nochmal. Könige beschäftigen sich nicht mit Kupfer. Bitte euch. Bitte euch. Macht doch nicht solche falschen Annahmen. Ob hier noch ein Schloss? Ich hoffe, hier kommt noch ein Schloss. Ich will noch so ein Schloss. Ah, ja. Greif du an. Hervorragend. Eine ganze Herde wird jetzt wieder ausgerottet. Ich schere mich nicht irgendwann erleid. Ich bin der Königsweihnachtsmann. Naja, verliert ihr mal eure Pixel. Das Spiel hat sich das selbst zuzuschreiben. Warum gibt es mir so eine unheimlich awesomeige Waffe? Warum kriege ich so was? Man sollte mir niemals solche Waffen in die Hand geben. Nie. Oh, plötzlich hört der Schnee auf. Man, das waren ja alle aus meiner Spezies waren die noch. Und die waren trotzdem so aggro auf mich drauf. Nee. 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 Auch da. Och. Bleibt ernst liegen. Als ob ich Platz in meiner Elementar für so einen Kram hätte. Ich bitte euch. Nie im Leben. Aber ich habe leider keinen, keinen zauberer Hund mehr gefunden. Das finde ich schade. Wahrscheinlich muss ich diese magische Schriftrolle so lange aufheben, bis mir doch noch irgendwann meine Zauberhund über den Weg läuft. Ich könnte es jetzt sagen, wenn wir mit der Tag werden eventuell. Es ist so lange, ganz lange im Dunkeln herum gestapft. Und da hinten sehe ich irgendeinen Planeten. Warum kann er nicht schöner leuchten? Es ist so hell. Ob es zu Hause regnet. Ob mein Brunnen schon übergelaufen ist und meine Wohnung geflutet hat. Ich komme mir so ein bisschen vor wie Bilbo. Ja. Reißt los. Tötet den Drachen. Und kommt dann später in seine kleine Höhle zurück. Ein reicher Mann. Reich an Erfahrung. Und reich an Gold. Bloß, dass ich ein Raumschiff habe. Und ich klein bin. Und meine Waffe nicht blau leuchtet, wenn Gegner kommen, sondern sie einfach umhustet. Ohne Falle. Ich will es einfach wissen. Ob da irgendjemals was Sinnvolles drin ist. Oder ob das immer nur Fallen sind. Und wenn es Fallen sind, wo zur Hölle sind die eigentlich? Warum sind die da drin? Wieso gehen die Entwickler davon aus, dass ich das nach dem ersten fünften Mal immer noch anfasse? Oh mein Gott. Wahrscheinlich, weil sie genau wissen, dass ich herausfinden wollen würde, ob die immer böse sind. Oder ob da auch mal was Gutes drin sein kann. Weil ich hätte gerne mal wieder so ein Boss. Ich wüsste gerne, wie gut gegen so einen die Waffe ist. Weil gegen alles andere ist der Bro-Crusher ziemlich übel. Ich weiß, ich lasse hier die ganzen Ressourcen links liegen, aber mich interessiert gerade die Oberfläche von dem Planeten mehr, als alles, was da drunter liegt. Get shit on! Um mal Bajira zu zitieren. Na, komm her. Glücklicherweise, ganz ohne einen einzigen Schadenspunkt an mir zu hinterlassen. Einfach durch mich durchgerannt. Dann sind wir wieder bei Schnee. Du Vogel aus der Hölle! Ich werde doch jetzt nicht gegen... Nein! Ich werde doch jetzt nicht gegen den Vogel sterben! Hochmut kommt vor dem Fall. Ich bin gegen einen verdammten Vogel gestorben und habe 700 Pixel verloren. Oh, wow! Es wäre cool, wenn man zurückgehen könnte und sich das wiederholen könnte, aber ich habe es verdient. Seien wir doch einfach mal ganz unverschämt ehrlich zu mir und zur Welt. Ich habe es verdient. Was ist denn mit meiner Silbermütze passiert? Ich habe die doch noch. Warum kann ich die Silberhose immer noch nicht bauen? Habe ich nicht aus Silber gesammelt zwischendrin? Oh, Silbererz. Da! So. Ich kann mein Schiff dekorieren. Ich kann mein Schiff dekorieren. Oh, hier kommt ein Gemälde hin. Ganz klar. Ein Gemälde hin. Nicht das. Dieses hier. Selbstverständlich. Leider kann ich es nicht unter meiner Lampe zentrieren. Verdammt nochmal. Nein, das stört mich, wenn ich es nicht zentrieren kann. Kann ich das zentrieren? Nein, warum kann ich das denn auch nicht zentrieren? Gibt es doch nicht. Irgendwas werde ich doch hier zentrieren können, oder? Du vielleicht? Nein, auch nicht. Du? Jawohl! Das passt hier hin. Die Faust aufs Auge. Und dazu kommen auch so kleine Hängestandaten. Flanken. Habe ich da noch nicht mehr welche von? Ich hatte aber irgendwelche in der Hand. Wo sind sie denn hin? Tja. Passen da zwei daneben? Oh ja. Oh ja. So wird doch ein Schiff draus. So wird ein Schiff draus. Ne, wenn ich es nicht zentrieren kann, wenn ich es furchtbar, dann wird es nicht aufgehängt. So, Silber müsste fertig sein. Silber und Bahrain müsste das jetzt eigentlich auch mal reichen für die Hose, oder? Hose, Hose, Hose. Silber, Hose. Sehr schön. So, weil jetzt kann ich mir nämlich die Soldiers-Dinger bauen. Und dafür brauche ich nur Stahl. Wo ist denn Stahl hier drunter? Ist Stahl hier drunter? Ne. Da ist Stahl drunter. Nein, da ist auch nicht Stahl drunter. Wo ist denn Stahl drunter? Öl. Nö. Ich kann die goldene Pickaxe bauen. Das mache ich natürlich auch sofort. Was ist denn die nächste eigentlich dann? Das ist doch dann, das ist doch dann Platin, oder? Platin. Gold, Diamant, Kupfer, Silber, Platinum. Habe ich überhaupt Platinum genug? Ne, bestimmt nicht, oder? Habe ich das auf meinem Planeten gelagert? Bestimmt. Stahlbarren, davon will ich jetzt ein paar machen. Ach, dann mache ich einfach alle, die ich machen kann. Aber ich könnte mir Glitches spawnen lassen, was ich nicht will. Ich möchte nämlich eigentlich gerne... Ne, die Soldiers Pens will ich nicht. Dafür haben wir nicht genug. Ja, sag mal. Ich müsste doch auch Eisen gesammelt haben, oder? Da müsste ich doch eigentlich... Da ist nur Kupfer drin. Eisen, Eisen, Eisen. Da ist Eisen. Yeah. Ich kann noch mehr Stahl herstellen. Kupfer packen wir mal eben ein. Eigentlich auch Kupfer warm im Inventar. Irgendwann mal vor vielen Jahren. Scheinbar nicht, dann schmelzen wir das eben ein. Teleportieren mal nach Hause. Warp Home. Mein bescheidenes Heim. Mein unheimlich bescheidenes Heim im Vergleich zu dem, was ich ja gerade ausgeräumt habe. Ach Gott, ist das drollig alles hier. So. Ne, ich habe erst mal einen Plantin-Baren. Das ist nicht wirklich die Welt. Ich schmeiß mal gerade meinen ganzen Schönheits-Dekorations-Krims hier in die Truhe. So weit, wie es reinpasst. Und kümmere mich dann mal bei Gelegenheit drum, weil dieser Planet wird ja mein neues und mein einziges Heim. Ah, die Toilette. Und dementsprechend möchte ich diese ganzen Schönheits-Dinger alle hier haben. Ah ne, das wollte ich ja noch irgendwo mal aufstellen. Schon vor ewigen Zeiten. Habe ich noch eine Truhe vielleicht? Ich habe doch Truhen mitgenommen. Schöne, goldene Truhen. Wie kann ich die nicht stapeln? Ich möchte sie aber stapeln. Das geht nicht dahin wegen dem blöden Stern. Das ist ja doof. Dann muss der Stern wieder weg. Komm her. Truhen haben gerade mal massiv Vorrang. Du kommst hier rein. So. Du kriegst irgendwann wieder ein Plätzchen im Haus. Erstmal muss ich den ganzen Kram hier unterbringen. Die magische Scroll. Packen wir mal zur Hose. Und alle. Ah, das hier kommt auf Schiff. Das ist was für Schiff. Eindeutig. Das ist wie unten. Auch was für unten. Betten sowieso. Gemälde. Das ist eine Plattform. Ah, es gibt eine Wooden- und eine Wood-Plattform. Das ist natürlich toll, dass das unterschieden wird. Hey, das sollte dahin. Ich habe so die Annahme, dass ich wirklich diese Zaubererklamotten voll brauche, damit ich das dann machen kann. Damit ich das nutzen kann. Der Glitch-Fireplace ist auch was für das Schiff. Das ist cool. Das ist nur hinten dort. Die war vor der... Äh, vor dieser Dingens... Von dieser Truhe in der Wand. Deswegen ging das auch mit einem Schlag kaputt. So war das nämlich damals. So. Hier noch eine Uhr. Die tickt. Ach, die Uhr, die tickt, passt eigentlich schon jetzt hier rein. Ein Large-Door. Weapons. Meine Silverhose. Das hier. Alles. Und schon nämlich keinen Platz mehr. Hm. Kampfstandarte. Ah, ich habe ja noch eine Truhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ist das jetzt... Ha, das war das letzte. Ich habe heute, der Rest kommt aufs Schiff. Was haben wir hier noch Schönes? Das hier soll hierher. Da, Obbehi. Das passt aber nicht. Wo stellen wir es da her? Hm. Voller ist der Brunnen nicht geworden. Haben wir auch nicht leere. Das ist doch schon mal viel wert. Ähm. So. Auf. Zurück zum Schiff. Oh. Hallo Schiff. Hast du fertig geworden? Ne, du hast aufgehört aus irgendeinem Grund. Hast du auch aufgehört aus irgendeinem Grund? Muss ich nehmen? Muss ich wenigstens in derselben Instanz wie dieses Zeug sein? Also ich weiß, dass ich eigentlich schon anfangen könnte, Richtung nächste Ausbaustufe mit dem ganzen Roboter-Kram hier zu arbeiten, aber ich hätte ehrlich total gerne erst diese Soldiers-Klamotten. Und die scheinen mir nämlich überaus nützlich und ein wirklich sinnvolles Upgrade gegenüber dem, was ich jetzt gerade anhabe. Ähm. Dementsprechend gebe ich dem jetzt einfach mal Vorrang. Was ist das hier? Steel. Ah, okay. Warum verwirrt mich das eigentlich jedes Mal was Neues? Das sollte mich nicht verwirren. Tut's aber. So, was haben wir hier oben geschmolzen? Kupfer. Okay. Oh, Gold kann ich auch mal schmelzen, wenn ich einiges von bekomme. Da muss ich mich jetzt am nicht drum kümmern. Stahl-Barren mache ich jetzt nochmal. So viele. So, und jetzt kümmern wir uns um die Soldiers-Pass. Das ist auch eine Frage des Geldes natürlich wieder. Oh. Ja, hätte ich beinahe vergessen, ich wollte die Raffinerie bauen. Gut, dass ihr mich daran erinnert. So, die wird jetzt nämlich hierher gestellt. Damit wir in allerseelnde Ruhe Erbse, die ich nicht mehr habe, umwandeln. können in Pixel. Gott verdammt nochmal. So kann ich meinen Helm schon umbauen eventuell. Oder habe ich dafür jetzt auch nicht mehr genug Pixel? Helm, 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 Helm. Bist du? Na, ein Soldier-Helm. Der geht noch. Sehr schön. Du hast nämlich auch gerade das Wichtigere. Wichtiger als die Hose in jedem Fall. Soll man direkt ausgerüstet. Wo ist denn meine Silber-Hose hin? Da. Setz mal direkt die Kupferhose, die jetzt wegkommt. Ich wüsste gerne, wofür das blau steht. Da drum. Ich wüsste sehr gerne. Oh, ich habe ganz viel Holiday Spirit. Sollte ich vielleicht bauen, bevor die irgendwann rausgepatcht wird. Irgendwas wollte ich denn noch hier alles hinstellen. Ach ja, genau. Und den Kessel. Das hier. Das wollte ich noch da hinstellen, weil das echt schön ist. Das brauche ich nicht. Der Fireplace. Kommt auch hier hin. Hey. Hier kann ich kochen drin. Was kann ich denn da drin kochen? Kann ich Zucker kochen? Nein. Ich kann kein Zucker kochen. Da kann ich auch drin kochen. Das macht beides dasselbe. Hm. Ich behalte es trotzdem. Also jetzt muss ich mir kurz einen Plan zurechtlegen, was ich gerne als nächstes hätte. Und ich glaube, der Plan lautet Pixel. Ich brauche Pixel. Das heißt, während ihr noch da seid jetzt gerade, tanke ich mal mein Schiff ein bisschen auf und gehe zum nächsten Planeten in diesem System. Weil das nämlich kostenlos ist, glaube ich, mittlerweile innerhalb vom System selbst zu reisen. Kostet nichts. Kann ich den Transporter benutzen, während wir fliegen? Hm. Ich will jetzt den Flug nicht abbrechen. Lass ich mal in Ruhe ankommen. So, ich würde sagen, wir haben 125 Leben, 135 Energie, 25 Verteidigungen. Wir haben Flügel, was ziemlich wichtig ist. Flügel sollte man nicht unterschätzen. Wir haben auch ein paar Blueprints bekommen zwischendrin. Ich bin aber nicht so ganz sicher, was für Dinger das waren. Waren das Waffen? Ich kann es nicht sagen. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube nicht, dass das Waffen waren. Ne, hier war nix dabei. Haben wir hier was Neues gekriegt vielleicht? Ich kann ne Glitch Flag bauen. Das ist ja super. Lantern Stick. Das brauche ich. Das kann ich mir auf den Rücken hängen. Oh Gott, das brauche ich. Schauen wir mal, was dieser Planet hier so zu bieten hat. Oh yeah. Oh yeah, Pixel. Oh yeah. Die Apex. Das hat alles mitgenommen. Und da unten ist ein Boss. Ha, ha, no. So, alle Welt will sich hier mit mir anlegen, ja. Ist das so. Ich hau hier so lang auf den Boden. Ob ich da unten angekommen bin. Könnt ihr aber glauben. Okay, der lässt sich. So, halt. Ah, nicht so richtig zurückwerfen. Oh, oh. Hier stehe ich scheiße. Ganz scheiße stehe ich hier. Ah. Und wir haben ihn besiegt. Was hat er weggeworfen? Eine Chop Pike. Steht das hier eigentlich dran? An unserem... Ne, das hat gar kein Symbol. Mal sehen, was das tut. Ach, das ist ja lächerlich. Lächerlich ist das ja. Direkt weggeschmissen. Aber wo Apex-Strukturen sind, sind auch irgendwo Apex. Soviel ist klar. Und ich will jetzt nicht an diesem Viecher sterben. Wirklich nicht. Ah, hier gibt's einfach Fiber. Das ist gut. Ich hab doch ein... Ich hab doch ein Dings gefunden. Da. Genau. Das ist doch super dafür. Perfekt gelegt. Na, komm, du nur. Komm, du nur. Ich hau jetzt hier auf den Boden, wenn die über diese Büsche sind, die mir Zeug geben. Thema Zeug. Total. What up, bitches? Tschüss. Tja. Da war der Boden plötzlich weg und ihr wart tot. Na, sowas. Ah, schauen wir mal, was hier noch so zu finden ist. Was ist da noch so zu finden? Komisches Schweine-Ringel-Dings. Das sieht tatsächlich aus wie so eine mehr oder weniger Evolution von einem Schwein. Ringelschwanz. Gar nicht so ein komischer. Na, na, wo geht's hier hin? Dual-Taschen-Lampen. Pfff. Pfff. Ne, 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 ne. Leitschau. Ähm. Hi, Viech. Das ist alles eure Schuld. Würdet ihr mich nicht angreifen. Würde das alles nicht passieren. So sieht's nehm ich mal aus. Uh, ne Truhe. Solche Truhen habe ich traditionell in meine Technologie gefurrunden. Hell yes. Das ist ein Technologieplanet. Sweet. Dann müssen wir den weiter erforschen, weil jetzt dürften wir eventuell... Also vor allen Dingen auch noch genau das, was ich will. Das ist der verdammte Pulsjump. Das ist das Beste, was man kriegen kann, in meinen Augen. Oh wow. Das ist ein Maschinenbeer-Vogel. Der aber auch keine Chance hatte. So. Gehen wir doch einfach durch den Berg. Bam. Bam. Bam, bam. Es ist toll. Wir gehen aber durch den Berg durch. Der dürfte gar nicht allzu lang sein. Es ist so geil. Also mich begeistert es. Unheimlich. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Das kostet jetzt ein bisschen mehr. Ja, da grabe ich lieber nach oben, denke ich. Ich gucke mich hier mal raus. Ich wollte mir doch gerade so eine Plattform mit dem verdammten Boden hauen. Warum hat das noch nicht geklappt? So, jetzt ist es geklappt. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Oh, eine Truhe. Ah. Sehr schön. Sehr schön. Das ist eine Kohle, die sollte ich mitnehmen. Auch wenn es wenig ist. Sie hit die goldene Spitzhacke. Na, bro. Na, really. Not like this. Not like this. Und wenn ich jetzt noch hier mit Bäumen fällen könnte, dann wäre ich wahrscheinlich glücklich jenseits von gut und böse. Das wird selbstverständlich geborenkrascht. Äh, geborenkrascht. Ich glaube, das geht schneller. Ein bisschen. Ein bisschen schneller. Apex bauen eher unterirdisch, glaube ich. Geh weg. Ich will doch nur da durch. Los, schlag zu. Das ist der effizienteste Weg, um Zeug abzubauen. Na, geh weg. Let me do it. So. Also, wenn ich jetzt nicht gleich was finde. Ich will euch nicht über Gebühr strapazieren. Ah, was ist das? Das ist wahrscheinlich nur Silber. Wie do I care? Wenn ich nicht gleich irgendwas interessantes finde. Teleportiere ich mich nach Hause? Oh, da vorne ist glaube ich noch mal ein Boss. Oh, doch. Es ist ein Boss. Es ist ein Boss. Es ist ein Boss. Ist da gerade ein Komet vom Himmel gefallen? Oh Gott, hier fallen Kometen vom Himmel. Und ich wurde vom fucking Boss gefressen. Was ist das denn nun? Oh Gott. Ich war jetzt völlig überfordert. Okay, das ist auch was Interessantes, was passiert. Ich gehe nicht nach dem Boss schauen. Nein. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Und, ähm. Schauen wir mal, was ich jetzt so weiterbaue. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es mir gefallen hat. Like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Und wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.